Mein Name ist Reinhard Körner, ich bin Versicherungsmakler, seit fast 50 Jahren im Gewerbe, habe einen Familienbetrieb in Norderstedt. Unsere Söhne arbeiten mit mir seit vielen Jahren. Wir sind sehr professionell und fachlich orientiert und demgemäß haben wir eine sehr intensive und auch interessante Klientel. Wir bieten Versicherungen an, das heißt egal was es ist, also von der Glasversicherung bis zur Industriepolizei gibt es bei uns alles. Was wir nicht machen, sind Finanzdienstleistungen, weil das sind Dinge, die nicht ins Versicherungskonzept passen. Das machen wir aber sehr umfangreich und arbeiten mit ca. 80 Gesellschaften zusammen. Das muss jeder selber entscheiden, aber die Klientel ist bei uns dermaßen aufgestellt, dass wir eigentlich auch ohne Werbung sehr viel zu tun haben. Wir werden durchgereicht, weiterempfohlen und offensichtlich machen wir mir richtig als falsch. Das machen wir jetzt.